Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Auf dem Deutschlandtreffen der Schlesier in Hannover ist heute der Wille zur Wiedervereinigung bekräftigt worden. Der CSU-Vorsitzende Bundesfinanzminister Weigel sagte vor rund 10.000 Menschen, Ziel bleibe die Einheit des deutschen Volkes. Auch die, so Weigel, ostdeutschen Gebiete jenseits von Oder und Neiße gehörten zur deutschen Frage. Das deutsche Wiedervereinigungsgebot war heute das zentrale Thema des Schlesier-Treffens. Auch wenn in Hannover die Einigung Europas als eine wichtige Voraussetzung für ein freies geeintes Deutschland gesehen wurde, ließen die Redner keinen Zweifel daran, dass dazu letzten Endes der Wille der Deutschen selbst entscheidend sei. Der Hauptredner der heutigen Kundgebung, der CSU-Parteivorsitzende Theo Weigel. Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist das Deutsche Reich nicht untergegangen. Es gibt keinen völkerrechtlich wirksamen Akt, durch den die östlichen Teile des Deutschen Reiches von diesem abgetrennt worden sind. Unser politisches Ziel bleibt die Herstellung der staatlichen Einheit des deutschen Volkes in freier Selbstbestimmung. die Lage die Vielen Dank.